Eine Entdeckungsreise durch die Welt der Sprachen durften am 16. und 17. Oktober die Schülerinnen und Schüler des bilingualen Gymnasiums Kreuzgasse erleben. Die Kulturtage wurden von der Kultcrossing-Gemeinnützigen GmbH konzipiert, organisiert und durchgeführt. Die Geschäftsführer Christa Schulte und Christian Dumont-Schütte wollen den Schülern mit solchen Projekten den Weg zur Kultur und Künstlern den Zugang zu einem jungen Publikum eröffnen. 190 Oberstufenschüler stellten gemeinsam mit 20 namhaften Künstlern ein facettenreiches Programm aus Theater, Tanz, Musik, Medien und bildender Kunst für die Abschlussveranstaltung am 17. Oktober zusammen. Lernen mit Spaß, das spürte man bei den kultur- und sprachübergreifenden Themenprojekten wie Gospelgesang, spanischen Tänzen und Theaterstücken. Ich fand das auf jeden Fall sehr positiv, dass wir mal was anderes als den normalen Schulalltag gemacht haben und dass wir mal ein bisschen was von anderen Kulturen mitbekommen haben. Also jetzt dadurch, dass wir den Tango-Workshop gemacht haben, hat mir jetzt Spaß gemacht. Ich habe überlegt, ob ich das nicht auch so anfange. Bei zahlreichen Workshops in den unterschiedlichsten Sprachen wurde das Thema der Internationalität und die Funktion von Sprache als Ausdrucks- und Verständigungsmittel mit den unterschiedlichsten Kunstformen erarbeitet. Uns ist es wichtig darzustellen, dass die Internationalität ein ganz wichtiger Wert ist und dass natürlich in diesem Fall man das auch über Künste sehr gut ausdrücken kann und das nicht nur mit Worten. Kult Crossing ist mit der nachhaltigen Förderung von kultureller und ästhetischer Bildung nicht nur in ganz Köln, sondern mittlerweile auch NRW-weit präsent.